Lektion 1. Magst du Sushi? Hey Anna, magst du Sushi? Hallo John, ich liebe Sushi absolut. Was ist mit dir? Ich finde es faszinierend. Hast du irgendwelche ungewöhnlichen Typen ausprobiert? Ja, ich hatte einmal Oktopus-Sushi. Es war überraschend lecker. Oktopus? Das klingt abenteuerlich. Wie war die Textur? Etwas zäh, aber es hatte einen schönen Geschmack. Magst du lieber Brötchen oder Sasaimi? Ich neige zu Brötchen. Sie fühlen sich sättigender an. Was ist dein Lieblingsbrötchen? Die Drachenrolle. Es ist so bunt und hat Garnelen und Aal. Das klingt unglaublich. Ich genieße das würzige Thunfischbrötchen. Hattest du das? Ja, es ist ein Klassiker. Die Schärfe sorgt für einen schönen Kick. Nicht wahr? Absolut. Übrigens. Was hältst du von Wasabi? Ich liebe es. Es ist wie eine Geschmacksexplosion. Benutzt du viel? Nur ein Bissen. Zu viel kann für mich überwältigend sein. Einverstanden. Es hat definitiv einen Schlag. Was ist deine Meinung zu Sojasauce? Unverzichtbar. Es verstärkt die Aromen, besonders bei Sushi. Genau. Was ist mit dem Nachtisch danach? Irgendwelche Gedanken? Ich denke an Mochi-Eis. Es ist ein perfekter Abschluss eines Sushi-Essens. Gute Wahl. Ich liebe den Geschmack von grünem Tee. Was ist deins? Ich liebe Mango. Es ist so erfrischend und fruchtig. Lektion 2. Karrierenachholbedarf Hey Anna. Es ist eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Wie ist es dir ergangen? Hallo John. Das hat es wirklich. Ich war bei der Arbeit mit einem neuen Projekt beschäftigt. Wie steht's mit dir? Mir ging es gut. Ich bin vor kurzem in eine Führungsposition übergegangen, was eine ziemliche Veränderung war. Das ist aufregend. Wie findest du die neuen Aufgaben? Es ist herausfordernd, aber lohnend. Ich lerne viel über Führung und Teamdynamik. Das ist toll zu hören. Ich habe mich selbst auf das Projektmanagement konzentriert. Es ist faszinierend, alles organisiert zu halten. Das ist es auf jeden Fall. An welchen Projekten arbeitest du? Ich leite derzeit eine Marketingkampagne für eine neue Produkteinführung. Es ist sowohl aufregend als auch stressig. Das kann ich mir vorstellen. Verwenden Sie neue Strategien für die Kampagne. Ja, wir nutzen Social Media Influencer, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Haben Sie in Ihrer Rolle irgendwelche innovativen Ansätze ausprobiert? Wir haben mit agilen Methoden experimentiert, um unseren Arbeitsablauf zu verbessern. Es war ziemlich effektiv. Das klingt interessant. Ich habe großartige Dinge über Agile gehört. Haben Sie einen Unterschied in der Produktivität Ihres Teams festgestellt? Definitiv. Das Team fühlt sich stärker und engagierter. Es ist erstaunlich, was ein bisschen Flexibilität bewirken kann. Ich liebe das. Es ist wichtig, das Team motiviert zu halten. Haben Sie Tipps, um ein Team effektiv zu führen? Kommunikation ist entscheidend. Ich versuche, regelmäßig Einzug ecken, um sicherzustellen, dass sich jeder gehört fühlt. Das ist eine kluge Strategie. Ich mache dasselbe mit meinem Team. Es hilft wirklich, Vertrauen aufzubauen. Unbedingt. Es ist schön, sich zu informieren und Erkenntnisse auszutauschen. Machen wir es zu einer regelmäßigen Sache. Hey Anna. Ich habe darüber nachgedacht, im Ausland zu studieren. Was denkst du? Hallo John. Das klingt nach einer unglaublichen Gelegenheit. Welches Land ziehen Sie in Betracht? Ich tendiere zu Kanada. Ich habe großartige Dinge über Ihr Bildungssystem gehört. Kanada ist eine ausgezeichnete Wahl. Die Universitäten sind erstklassig und die Kultur ist einladend. Genau. Außerdem wollte ich schon immer den Wintersport dort erleben. Warst du schon einmal dort? Ich war einmal im Winter dort und es war wunderschön. Skifahren in den Rocky Mountains ist unvergesslich. Das klingt unglaublich. Ich würde gerne Skifahren ausprobieren. Was hat dir an deiner Reise noch gefallen? Die Food-Szene war fantastisch. Ich habe es geliebt, Poutine und Ahornsirup zu probieren. Lecker! Ich habe gehört, Poutine muss man probieren. Gibt es bestimmte Schulen, an die du denkst? Ja, ich habe mir die University of Toronto angesehen. Ihre Programme sind ziemlich beeindruckend. Das ist eine großartige Option. Ich habe gehört, dass der Campus auch wunderschön ist. Was würdest du dort studieren? Ich interessiere mich für Umweltwissenschaften. Ich möchte mich auf Nachhaltigkeit konzentrieren. Das ist so ein wichtiges Feld. Ich denke über Betriebswirtschaft nach. Irgendwelche Tipps zur Bewerbung? Fangen Sie früh an. Bereiten Sie Ihre Dokumente vor und erhalten Sie aussagekräftige Empfehlungsschreiben. Das macht einen großen Unterschied. Guter Rat. Ich muss auch meine Sprachkenntnisse auffrischen. Gibt es Ressourcen, die du empfiehlst? Ich werde mir die ansehen. Ich freue mich auf diese Reise. Aber sie ist auch ein bisschen entmutigend. Es ist natürlich, sich so zu fühlen. Mach es einfach einen Schritt nach dem anderen und es wird dir gut gehen. Danke, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Halten wir uns gegenseitig über unsere Pläne auf dem Laufenden. Lektion 4 Das Barbecue beherrschen Hey Anna, ich freue mich so darauf, heute den Grill anzuheizen. Was denkst du, sollten wir kochen? Hallo John, Grillen ist das Beste. Ich schlage mariniertes Hühnchen und etwas Gemüse für eine farbenfrohe Platte vor. Tolle Idee. Ich liebe gegrilltes Gemüse. Hast du eine Lieblingsmarinade für das Huhn? Das klingt köstlich. Ich habe auch gehört, dass das Hinzufügen von Kräutern wie Rosmarin den Geschmack wirklich verbessert. Unbedingt. Frische Kräuter können einen großen Unterschied machen. Haben Sie Kräuter in Ihrem Garten? Ja, bei mir wachsen Basilikum und Thymian. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Was ist mit dem Würzen des Gemüses? Eine Prise Salz, Pfeffer und ein Schuss Balsamico-Essig wirken Wunder. Es ist einfach aber lecker. Ich liebe Balsamico-Essig. Sollen wir das Gemüse separat grillen oder auf den gleichen Grill wie das Huhn werfen? Ich empfehle, sie separat zu grillen. Auf diese Weise werden sie nicht zu lange mit dem Hühnchen gekocht. Kluges Denken. Ich richte einen separaten Grillbereich für das Gemüse ein. Wie lange kochst du das Huhn normalerweise? Etwa 6 bis 8 Minuten pro Seite, je nach Dicke. Überprüfen Sie immer die Innentemperatur. Richtig, Sicherheit geht vor. Was ist dein Trick, um zu wissen, wann das Huhn fertig ist? Normalerweise schneide ich in die dickste Stelle, um zu überprüfen, ob sie nicht mehr rosa ist. Das ist eine zuverlässige Methode. Toller Tipp. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Sollen wir auch ein paar Beilagen zubereiten? Definitiv. Ein einfacher Salat und etwas Knoblauchbrot würden das Essen perfekt ergänzen. Klingt perfekt. Lass uns alles vorbereiten und wir werden ein fantastisches Barbecue-Fest haben. Lektion 5 Ein neues Teammitglied begrüßen. Hey Anna, die Newcomerin wird nächste Woche unser Team verstärken. Was sollten wir vorbereiten? Hallo John, das ist aufregend. Wir sollten auf jeden Fall einen herzlichen Empfang für Sie planen. Einverstanden. Vielleicht könnten wir ein kleines Willkommensessen organisieren? Tolle Idee. Es ist eine nette Möglichkeit für alle, sich kennenzulernen. Ich schlage eine Mischung aus Optionen vor. Vielleicht Pizza, Salate und einige Desserts? Perfekt. Jeder liebt Pizza. Sollen wir auch ein paar Eisbrecher vorbereiten? Ja, lustige Eisbrecher können dazu beitragen, dass sich jeder wohler fühlt. Ich kenne ein paar Spiele, die funktionieren könnten. Sollen wir gemeinsam ein Brainstorming durchführen? Unbedingt. Wir könnten mit einem Spiel zwei Wahrheiten und eine Lüge beginnen. Das macht immer Spaß. Es ermutigt jeden, ein wenig über sich selbst zu erzählen. Genau. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, das Eis zu brechen. Was sollten wir noch in Betracht ziehen? Wir könnten auch eine Willkommenskarte erstellen, die vom gesamten Team signiert wird. Das ist eine durchdachte Geste. Das zeigt, dass wir uns freuen, Sie zu haben. Sollen wir Ihnen auch eine kurze Orientierung über unsere Projekte geben? Ja, das wäre hilfreich. Ein kurzer Überblick hilft Ihnen, sich einbezogen zu fühlen. Großartig! Stellen wir sicher, dass wir vor Ihrem ersten Tag bereit sind. Lektion 6 Einzigartigkeit annehmen Hey Anna, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dich nicht jeder mögen wird? Hallo John, ja, ich denke, das ist ein natürlicher Teil des Lebens, oder? Definitiv! Ich glaube, es ist wichtig, unsere Individualität anzunehmen. Genau, der Versuch, es allen recht zu machen, kann anstrengend sein. Stimmt, es ist besser, sich darauf zu konzentrieren, authentisch zu sein. Hast du das erlebt? Hab ich. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu akzeptieren, dass es okay ist, ich selbst zu sein. Das ist eine großartige Erkenntnis. Wie sind Sie zu diesem Schluss gekommen? Mir wurde klar, dass diejenigen, die mich schätzen, hierbleiben werden. Gut gesagt! Es ist wichtig, uns mit unterstützenden Menschen zu umgeben. Denken Sie, dass soziale Medien beeinflussen, wie wir uns selbst sehen? Ja, es kann zu unrealistischen Erwartungen führen. Manchmal ist es wichtig, die Verbindung zu trennen. Wie lädst du normalerweise auf? Ich liebe es, Zeit im Freien zu verbringen. Die Natur hebt immer meine Stimmung. Das klingt erfrischend. Ich lese gerne oder probiere gerne neue Hobbys aus. Das sind großartige Möglichkeiten, sich zu eigen zu machen, wer du bist. Lektion 7. Einblicke in die Gesundheit. Hey Anna, wusstest du, dass eine körperliche Untersuchung viel über die Gesundheit einer Person aussagen kann? Hallo John, ja. Es ist faszinierend, wie viel Ärzte daraus lernen können. Unbedingt. Was denkst du ist der wichtigste Teil? Ich würde sagen, dass die Überprüfung von Vitalfunktionen wie Blutdruck und Herzfrequenz von entscheidender Bedeutung ist. Einverstanden. Das sind Schlüsselindikatoren für die allgemeine Gesundheit. Haben Sie sich jemals einer gründlichen Untersuchung unterzogen? Ja, es war aufschlussreich. Sie haben sogar meinen Cholesterinspiegel überprüft. Das ist wichtig. Ein hoher Cholesterinspiegel kann zu schwerwiegenden Problemen führen. Genau. Und Sie haben sich auch meinen BMI angesehen. Denken Sie, das ist ein zuverlässiges Maß? Es ist eine nützliche Richtlinie. Aber sie erzählt nicht die ganze Geschichte, oder? Was ist mit regelmäßiger Bewegung? Wie passt das dazu, gesund zu bleiben? Bewegung ist lebenswichtig. Es hebt die Stimmung und hält unseren Körper fit. Definitiv. Ich jogge gerne. Es macht mir wirklich den Kopf frei. Das ist großartig. Ich fahre lieber Rad. Es fühlt sich an wie ein Abenteuer. Beides ist eine hervorragende Wahl. Aktiv zu bleiben ist der Schlüssel zu guter Gesundheit. Ganz gewiss. Außerdem macht es Spaß, verschiedene Aktivitäten auszuprobieren, um zu sehen, was uns Spaß macht. Hey Anna. Hast du bemerkt, wie sich ein gesunder Lebensstil auf unser Energieniveau auswirkt? Hallo John. Absolut. Ich habe den ganzen Tag über definitiv mehr Energie. Das Gleiche hier. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen, um Ihre Energie zu steigern? Ich habe angefangen, regelmäßig Sport zu treiben. Es macht wirklich einen Unterschied. Das ist großartig. Ich habe versucht, mehr Obst und Gemüse zu essen. Gute Wahl. Sie liefern wichtige Nährstoffe. Irgendwelche Lieblingsfrüchte? Ich liebe Bananen. Sie sind so praktisch und ideal für einen schnellen Snack. Bananen sind perfekt. Ich mag Beeren. Sie sind köstlich und voller Antioxidantien. Beeren sind fantastisch. Hast du versucht, sie zu Smoothies hinzuzufügen? Ja. Smoothies sind eine unterhaltsame Art, eine Vielzahl von Nährstoffen zu sich zu nehmen. Ich stimme zu. Was steckst du normalerweise in deine? Ich mische Spinat, Joghurt und etwas Honig. Was ist mit dir? Ich füge gerne Hafer als Ballaststoff hinzu. Es hält mich länger satt. Das klingt lecker. Trinkst du jeden Morgens-Smoothies? Hauptsächlich. Es ist zu einer erfrischenden Routine geworden. Hast du ein Morgenritual? Ich meditiere gerne ein paar Minuten. Es bringt mich in den Mittelpunkt des Tages. Das ist eine wunderbare Praxis. Ich sollte das versuchen, um mich besser konzentrieren zu können. Lektion 9. Abenteuer im Lebensmittelgeschäft Hey Anna. Bist du bereit für unseren Einkaufsbummel? Hallo John. Absolut. Es macht immer mehr Spaß, zusammen einzukaufen. Ich stimme zu. Wir können die Liste effizient in Angriff nehmen. Was steht an erster Stelle auf Ihrer Liste? Ich brauche etwas frisches Gemüse. Sie sind unverzichtbar für meine Mahlzeiten. Gute Wahl. Ich suche nach Gewürzen, um meinen Gerichten Geschmack zu verleihen. Gewürze können einen großen Unterschied machen. Hast du irgendwelche Favoriten? Ich liebe Kreuzkümmel und Paprika. Sie verleihen den Aromen eine solche Tiefe. Exzellente Auswahl. Ich bin ein großer Fan von Basilikum und Knoblauch. Sie sind vielseitig. Ganz gewiss. Schauen wir uns unbedingt die Kräuterabteilung an. Gute Idee. Und wir sollten nach Rabatten für Bioprodukte Ausschau halten. Unbedingt. Geld sparen und gleichzeitig gesund essen ist eine Win-Win-Situation. Ich mache eine Liste und sehe, was Sie wollen. So ist es viel einfacher. Perfekt. Wir halten uns an den Plan und vermeiden Impulskäufe. Genau. Außerdem können wir neue Produkte ausprobieren, wenn wir schon dabei sind. Ja. Neue Dinge auszuprobieren kann aufregend sein. Darauf freue ich mich. Hey Anna. Hast du über unsere Essenszubereitung für die Woche nachgedacht? Hallo John. Ja. Vorausschauende Planung macht das Kochen so viel einfacher. Das tut es wirklich. Welche Gerichte möchten Sie zubereiten? Das klingt köstlich. Ich könnte dazu etwas gegrilltes Hühnchen zaubern. Perfekt. Wir können unsere Mahlzeiten kombinieren, um Abwechslung zu schaffen. Was sollten wir noch einbeziehen? Wie wäre es mit einer herzhaften Suppe? Es ist toll für Reste. Tolle Idee. Ich liebe es, Minestrone zuzubereiten. Es ist so sättigend und nahrhaft. Ich bringe die Zutaten dafür mit. Was ist mit Snacks? Ich bereite ein paar Energiebälle vor. Sie sind gesund und leicht zu greifen. Das ist eine fantastische Idee. Wir werden die ganze Woche über viele Optionen haben. Ja. Und das spart uns Zeit an geschäftigen Tagen. Genau. Lass uns eine Einkaufsliste machen, damit wir nichts vergessen. Lektion 11. Bedenken hinsichtlich des Sprachassistenten Hey Anna! Hast du irgendwelche Datenschutzbedenken bei der Verwendung von Sprachassistenten? Hallo John. Ja, ich frage mich oft, wie sehr Sie uns wirklich zuhören. Es ist ein bisschen beunruhigend, nicht wahr? Manchmal habe ich das Gefühl, dass Sie zu viel wissen. Genau. Ich mache mir Sorgen, dass meine Gespräche ohne mein Wissen aufgezeichnet werden. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Haben Sie jemals Ihre Einstellungen für mehr Datenschutz geändert? Hab ich. Ich habe die Funktion zum Speichern meiner Sprachaufnahmen ausgeschaltet. Kluger Schachzug. Ich schränke auch die Optionen für den Datenaustausch ein. Das ist klug. Denken Sie, dass diese Assistenten den Kompromiss beim Datenschutz wert sind? Es ist eine schwierige Entscheidung. Sie sind praktisch. Aber zu welchem Preis? Richtig. Ich liebe die Hilfe, die Sie bieten. Besonders für Erinnerungen und Musik. Das Gleiche hier. Aber manchmal denke ich darüber nach, auf manuelle Methoden umzusteigen. Das könnte eine gute Idee sein. Etwas weniger Komfort für mehr Seelenfrieden. Genau. Ich denke, es geht darum, die richtige Balance zu finden. Ganz gewiss. Vielleicht sollten wir nach Alternativen suchen, die dem Datenschutz Priorität einräumen. Tolle Idee. Es gibt einige Optionen, die sich ausschließlich auf die Sicherheit konzentrieren. Lektion 12. Wegbeschreibungen finden Hey Anna, wie navigiert man am besten von hier aus? Hallo John. Okay. Dann, an der Ampel. Biegen Sie rechts ab auf Oark. Ich hab's. Was kommt danach als nächstes? Nach Oark nehmen Sie die erste Straße links auf die Maple Street. Mep. Okay. Ist das die Straße mit dem Kaffee? Ja. Es ist ein großartiger Ort für eine schnelle Kaffeepause. Perfekt. Ich könnte einen Koffeinschieb gebrauchen. Wie weit ist es von dort entfernt? Nur ein paar Blocks. Sie werden es auf der rechten Seite sehen. Fantastisch. Und nach dem Kaffee soll ich direkt in den Park gehen. Genau. Fahren Sie einfach geradeaus und Sie finden den Parkeingang. Großartig. Ich freue mich auf den Spaziergang. Irgendwelche Tipps für den Park? Bringen Sie etwas Wasser mit. Es kann heiß werden. Besonders am Nachmittag. Gute Idee. Ich werde dafür sorgen, dass ich hydratisiert bleibe. Danke für die Anleitung. Lektion 13. Klassenpläne Hey Anna. Ich stimme zu. Lass uns einen Plan machen und nächste Woche zusammen zum Unterricht gehen. Hallo John. Das klingt nach einer großartigen Idee. An welchen Kurs denkst du? Ich dachte an den Malkurs. Es könnte eine Menge Spaß machen. Oh, ich liebe es zu malen. Es ist eine wunderbare Art, Kreativität auszudrücken. Ja. Hast du einen bestimmten Stil, den du erkunden möchtest? Ich interessiere mich für Aquarell. Es ist so flüssig und lebendig. Aquarell ist wunderschön. Ich mag Acrylmalerei. Sie ist vielseitiger. Das stimmt. Wir könnten sogar mit Mischmedien experimentieren. Tolle Idee. Es würde Spaß machen, die verschiedenen Effekte zu sehen, die wir erzielen können. Unbedingt. Sollen wir den Stundenplan überprüfen und uns anmelden? Ja. Machen wir das. Ich kann es jetzt nachschlagen. Perfekt. Ich freue mich auf dieses neue Abenteuer in der Kunst. Lektion 14. Freude am neuen Job. Hallo John. Es ist großartig. Ich genieße die freundliche Atmosphäre sehr. Das ist wunderbar. Ein gutes Arbeitsumfeld macht einen großen Unterschied. Unbedingt. Jeder ist so unterstützend und hilfsbereit. Das ist fantastisch. Hast du dort neue Freunde gefunden? Ja. Ich habe mich beim Mittagessen schon mit ein paar Kollegen getroffen. Das klingt herrlich. Habt ihr alle ähnliche Interessen? Das tun wir. Wir haben über Filme und Wochenendpläne gesprochen. Ne. Es ist toll, Gemeinsamkeiten zu haben, auf denen man sich verbinden kann. Ja. Dadurch fühlt sich der Arbeitsplatz wirklich eher wie eine Gemeinschaft an. Findest du die Arbeit an sich unterhaltsam? Definitiv. Die Aufgaben sind herausfordernd, aber lohnend. Das ist wichtig. Das Gefühl, in ihrer Rolle erfüllt zu sein, ist der Schlüssel zur Arbeitszufriedenheit. Lektion 15. Ungewöhnliche Verträge Hey, Anna. Hast du von dem ungewöhnlichen Auftrag in Paris gehört? Hallo, John. Nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Es handelte sich um einen harmlosen und gealterten Ex-Premierminister als Opfer. Das klingt faszinierend. Was war die Art des Vertrags? Es war rätselhaft, aber es sorgte für Aufsehen. Das kann ich mir vorstellen. Warum sollte jemand eine solche Zahl ins Visier nehmen? Vielleicht, um eine Botschaft zu senden oder um eine Aussage zur Leistungsdynamik zu treffen. Das ist ein mutiger Schritt. Da wundert man sich über die Beweggründe dahinter. Genau. Menschen können unberechenbar sein, besonders in der Politik. Stimmt. Es ist faszinierend, wie sich diese Ereignisse auf die öffentliche Wahrnehmung auswirken können. Ja, und sie führen oft zu Diskussionen über Ethik und Verantwortung. Definitiv. Ich frage mich, wie die Öffentlichkeit auf diesen Vorfall reagiert hat. Es muss eine Mischung aus Schock und Intrige gegeben haben. Lektion 16. Hawaii's Klima Hey Anna, wusstest du, dass Hawaii ein mildes Klima hat, obwohl es in den Tropen liegt? Hallo John, wirklich? Das ist interessant. Was macht es so mild? Die Meeresbrise spielt eine wichtige Rolle dabei, die Temperaturen angenehm zu halten. Das macht Sinn. Ich habe gehört, dass es dort das ganze Jahr über herrlich ist. Unbedingt. Es ist perfekt für Outdoor-Aktivitäten und die Erkundung der Natur. Ich würde gerne mal vorbeischauen. Was ist deine Lieblingsinsel? Ich mag Maui. Es hat atemberaubende Landschaften und Wasserfälle. Das klingt unglaublich. Ich habe gehört, dass die Strände auch unglaublich sind. Das sind sie wirklich. Außerdem gibt es tolle Wanderwege für Abenteuerliebhaber. Wandern im Paradies klingt wie ein Traum. Was ist die beste Reisezeit? Ich muss eine Reise planen. Dieses Klima zu erleben wäre erfrischend. Definitiv. Es ist eine einzigartige Mischung aus Schönheit und Komfort. Lektion 17. Wurzeln der englischen Sprache Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, wie sich die englische Sprache in Nordamerika entwickelt hat? Hallo John, ja. Es ist faszinierend, wie es sich aus verschiedenen europäischen Sprachen entwickelt hat. Genau. Einwanderer brachten ihre Dialekte und Kulturen mit und prägten das Englische, wie wir es kennen. Das stimmt. Es ist wie ein Schmelztiegel sprachlicher Einflüsse. Richtig. Haben Sie spezifische regionale Unterschiede bemerkt? Ja. Akzente und Umgangssprache können im ganzen Land sehr unterschiedlich sein. Ganz gewiss. Ich finde es toll, wie lebendig und vielfältig Englisch aus diesem Grund ist. Unbedingt. Es hält die Sprache dynamisch und verändert sich ständig. Denken Sie, dass diese Vielfalt die Lernerfahrung bereichert? Definitiv. Es setzt die Lernenden verschiedenen Ausdrücken und Kontexten aus. Einverstanden. Außerdem hilft es uns, kulturelle Nuancen besser zu verstehen. Ja. Sprache ist ein so mächtiges Werkzeug für Kommunikation und Verbindung. Genau. Es ist aufregend, seine Geschichte und Entwicklung zu erkunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017